Willkommen, mein liebes Bullying-Universum! Ich begrüße euch zum Vlog Nummer 92. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und heute geht es wieder auf die Brembo Palace, der größten Bullying-Halle Europas. Und nicht alleine, sondern wir werden es dann sehen, wer dabei ist. Und auf einer bestimmten Sportölung. Ich wollte es euch mal schnell zeigen. Ich kenne sie selber noch nicht, so sieht die Sportölung aus. Ich kenne mich noch nicht so aus. Auf jeden Fall ist es eine Sportölung. Ich glaube, die ist relativ anspruchsvoll. Deswegen kommen 6 Bälle mit. Trent 2, Infinite Physics, Jekyll Ghost, Purple Hammer, Lucoral Venom und der Astrophysics. Und natürlich der Zero Zinsperren. Dann sehen wir uns erst wieder auf der Bullying-Bahn. Ich weiß nicht, was wir alles filmen können. Da sind noch andere Jugendspieler dabei. Ich weiß nicht, ob man die filmen soll oder nicht. Ansonsten hinten mit dem Statif wird es wahrscheinlich erst heute gefilmt werden. Mal gucken, wie es dann ablaufen wird. Ich weiß noch nicht selber genau. Dann würde ich sagen, dass wir auf der Bullying-Bahn wiedersehen. Tschüss, bis gleich! Der erste Film ist Jekyll Ghost. Der erste Film ist Jekyll und St ouvnd. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Wir müssen auf diesem Weg spielen Wir müssen auf dem Weg gehen 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 Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Ich schaue noch mal einen Astro. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, vielleicht sehen wir noch die letzten Wirke vom letzten Spiel jetzt. Mal gucken. Warte, jetzt. Was, als ich gehört habe, letztes Frame für heute. Was, als ich gehört habe, letztes Frame für heute. Machen wir das jetzt? Schauen wir mal. Haus, zwei, drei und reißig habt ihr geschafft, insgesamt, okay? Einfach nur ein paar Bälle nochmal, einfach nur mal so ein paar Bälle. auch ein paar Bälle. Oh, ich darf das nicht. Oh, ich darf das nicht. Oh, ich darf das nicht. Letzte Burge heute. Scheiß drauf. Das war wirklich ein scheiß Video, aber es hat euch noch nicht gefallen. Tschüss zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.